So, ich fange jetzt noch mal zum dritten Mal an. Machen wir ein doof, die sich, danke, reicht. Ja, ich möchte mich dafür entschuldigen, eigentlich wollen wir mich dafür nicht entschuldigen, aber es tut mir leid, sagen wir mal so, es tut mir leid, dass ihr eine ganze Weile von mir nichts gehört habt, weil im Moment an erster Stelle habe ich keine Lust gehabt und immer noch keine Lust, irgendwelche Videos zu schneiden oder zu drehen oder sonst irgendwelche Sachen, weil im Moment, ja, fehlt mir irgendwie der Antrieb dafür, für YouTube. Der zweite Punkt ist, ich habe eine Menge um die Ohren, gerade Anfang des Jahres immer sehr, sehr viel zu tun, Papierkram, Genehmigungen erneuern und so weiter und so weiter und da muss alles noch zwischendurch gemacht werden, dann noch einige Termine und, und, und. Also, das nächste Video spätestens, aller, aller spätestens, wird nach dem 6. März online gehen. Ich versuche vorher natürlich noch eins zu machen und wenn ich es nicht schaffen sollte vorher, dann wird es mit Sicherheit noch einen Livestream zwischendurch geben. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, euch mitteilen, dass ihr nicht denkt, bin verschollen oder so. Ja, möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für eure Treue an die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind und bleibt am Ball, ne, ihr bekommt ja Bescheid, wenn ihr mich abonniert habt und das Glöckchen gedrückt habt, dass ein neues Video da ist. Also, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben, für die Treue, euer Maik und eure Sherry. Ciao.